Liebe Freunde, guten Tag! Lektion 264, www.almanibfarsi.com In diesem Video werden wir uns mit dem Verb versorgen beschäftigen. Was bedeutet versorgen? Versorgen. Ver ist trennbar oder nicht trennbar? Ist nicht trennbar. So, das heißt ich versorge blablabla. Jemanden, jemanden mit etwas, natürlich hier etwas Dativ, versorgen. Auf Persisch bedeutet, kassira bocizi tahmin karda. Jemanden oder auch etwas, kann auch etwas sein. Etwas hier akusativ, natürlich. Etwas oder jemanden mit etwas versorgen. Zum Beispiel. Der Staat, Dولat, Nieruchik haakim bar, Der Staat, Das ist Stadt, das ist, das ist, das bedeutet, Scher, aber Stadt, mit, Doppel A, bedeutet, Regierung, quasi. Die Regierung, oder der Stadt, Versorgt, uns, Mara, Versorgt, Miekonen, Tamin, Miekonen, mit, Strom, Ba, Berg, Ab, Jani, bei unbarmere Sone. Der Staat, Versorgt, uns, mit, Strom. Oder, Diese Firma, in, Scherkat, oder, dieses Unternehmen, dieses Unternehmen, in, Kompanie, Versorgt, Die ganze Stadt, Kelle Scherro, mit, Gas, Ba, Gas, mit, Öl, Ba, Naft, mit, Erdöl, Ba, Naft, Zemini. Öl, bei Roganam, Mie, Ma, bei Roganam, Öl, Meselan, Tu, A, Was, Öl, Aber, Das ist, Erdöl, Erdöl, bedeutet, Naft, Mit, Benzin, Mit, Sprit, Ba, Nieru, Muharrik, Hariket, Dende. Das heißt, Sprit, bedeutet, Auch Benzin, Sprit, Oder, Gas, Öl, Benzin, Brennstoff, Madde, Kje, Mie, Suzende, Mietoone, Baz, Naf, Bash, Gaz, Bash, Hemmichie, Bash, Brennstoff, Bepinid, Sie haben, Nun, Verschiedene Wörter, Kennengelernt, Zum Beispiel, Brennstoff, Sprit, Gas, Start, Auch das Verb, Versorgen, Etwas oder jemanden, Mit etwas, Dativ, Versorgen, Hier brauchen wir nicht sagen, Mit dem Strom, Wir können, Allgemein sagen, Mit dem Koldi, Begeben, Wir brauchen keinen Artikel, So, Brennstoff, Kraftstoff, Also, Mokai, Entschuldigen, Begeben, Kraftstoff, Niruye, Mohareke, Masala, Sprit, Passtuye, Umgangssprache, In der Umgangssprache, Benutz man, Das Wort, Sprit, Für, Das Wort, Benzin, Zum Beispiel, Oda, Kraftstoff, Oda, Kraftstoff, Oda, For Das Wort, Kraftstoff, Oda, Bgnstoff, Ok, Stoff, Yarni, Madde, Go, Stoff, Go, Yarni, Chrom, Go, Stoff, Yarni, Madde, 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 Go, Yarni, Yarni, Madde, Khom, Raw Material, Versorgen, Me, Toi, Inglis, Shad, Aşina, Madde, Madde, die 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 sind die 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 scheiße oder entschuldigung dass ich das wort benutzt habe aber das ist normalerweise so so die eltern versorgen die ganze familie mit geld zum beispiel sie kümmern sich um die familie sie geben der familie geld die eltern versorgen die familie eltern versorgen die familie mit geld oder der staat versorgt uns mit arbeit bach 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 be sie die Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.